Oh, das zischt. Komm Nase ran. Was, Digga? Riecht doch mal. Riecht mal. Oh, Digga, das können wir doch nicht essen. Oh, stinkt das. Riecht mal. Komm. Oh, stinkt das. Oh, Junge. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die am Start sind. Ich möchte erst mal jemand anderen begrüßen. Zwar ist das heute mein wohlgeschätzter Moderator, den ihr gesehen habt, angeblich Marianne. Moin moin, Leute. Willst du was von dir erzählen? Danke, dass ich hier sein darf. Warum sind wir noch hier? Nur um zu suffer? Boah, Eier! Es ist ja wie aus Eimern. Ich will euch mal unser Setup nicht größer zeigen, weil das sieht ja alles aus. Ich hab mal bei einer eSport-Produktion gearbeitet. Der Leiter in der Regie, der hätte uns wahrscheinlich zusammengeschlagen, wenn das so ausgesehen hätte, aber es funktioniert alles. What the fuck is this piece of shit? Ja, 20 Euro hat das gute Stück gekostet und ich denke mal, dass dieser Doseninhalt jeder einzelne Euro wert sein sollte. Ich weiß nicht, ob wir es heute aufessen können. Oh, hell no! Okay. Zweimal oder dreimal? Best of three. Stick, schnack, schnuck. Du hast 1-0. Darf ich dann aufmachen? Stick, schnack, schnuck. Stick, schnack, schnuck. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Schere, das ist Pistole oder so bei dir? Stick, schnack, schnuck. Du hast schon gewonnen. Ich hab noch gewonnen. Okay. Oh Gott. Oh, das zischt. Komm Nase ran. Was, Digga. Ich doch mal. Oh, Digga. Riecht mal. Oh, Digga. Was ist denn, ey? Oh, Digga. So, nimm dein, den du wirst ja auch nur ein Stück. Der wird angesprungen. So, hier, komm, mal riechen. Was? Was? Was ist jetzt in? wenn ihr mal bitte die stücke hier ansehen genommen wurden jetzt mal ehrlich stinkt das ich hab mein ba wir haben die handschuh vergessen junge 123 was ich rede ich das ist hier voller reden also ich verstehe die leute nicht verwirken das schlimmste ist gerade echt die gräte es ist ekelhaft es super salzig aber geschmacklich ist jetzt eigentlich hätte es gedacht wir würden jetzt hier würde ich hier den einmal benutzen ja aber es ist eigentlich geschmacklich ist es okay also das ist nicht ist es nicht geil aber es ist auch nicht so dass ich jetzt sagen würde ich muss mit dem magen auspumpen das was übel ist es echt diese suppe was ist in einer suppe so aber nur seit sich was ich geklafft aber stinke ich stehst du sag meine frau das ja wie das ist ja wie montagmorgen der geschmack im maul ist ja richtig ich glaube ich die mundfäule eine stammesamtliche packung tosbrot jeder eine scheibe weil die zu klein wir können die ganze hälfte denn er hat eine halbe eine halbe so gute ganze ganze oder eine halbe können die ganze der eintrungen da sterben wir doch machen das ist hier ein halbes tosbrot das ist das höchste der gefühle ohne scheiß round 2 fight oh 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 ich glaube ich schlucken und das ist schlimmer keine werbe dieser scheiß politiker aus dass jeglich aber ich lieb und ja so streaming brühe stinkt